Die Stadt ist eine der witzigsten und einträglichsten Unternehmungen modernen Geistes. Ihre Entstehung und Einrichtung beruht auf einer genialen Synthese, wie sie nur von sehr tiefen Kennern der Psychologie des Großstädters ausgedacht werden konnte, wenn man sie nicht geradezu als eine direkte Ausstrahlung der Großstadtseele, als deren verwirklichten Traum bezeichnen will. Denn diese Gründung realisiert in idealer Vollkommenheit alle Ferien- und Naturwünsche jeder durchschnittlichen Großstädterseele. Bekanntlich schwärmt der Großstädter für nichts so sehr wie für Natur, für Idylle, Friede und Schönheit. Bekanntlich aber sind alle diese schönen Dinge, die er so sehr begehrt und von welchem bis vor kurzem die Erde noch übervoll war, ihm völlig unbekömmlich. Er kann sie nicht vertragen. Und da er sie nun dennoch haben will, da er sich die Natur nun einmal in den Kopf gesetzt hat, so hat man ihm hier, wie es koffeinfreien Kaffee und nikotinfreie Zigarren gibt, eine naturfreie, eine gefahrlose, hygienische, denaturierte Natur aufgebaut. Und bei alledem war jener oberste Grundsatz des modernen Kunstgewerbes maßgebend, die Forderung nach absoluter Echtheit. Mit Recht betont ja das moderne Gewerbe diese Forderung, welche in früheren Zeiten nicht bekannt war, weil damals jedes Schaf in der Tat ein echtes Schaf war und echte Wolle gab, jede Kuh echt war und echte Milch gab und künstliche Schafe und Kühe noch nicht erfunden waren. Nachdem sie aber erfunden waren und die Echten nahezu verdrängt hatten, wurde in Bälde auch das Ideal der Echtheit erfunden. Die Zeiten sind vorüber, wo naive Fürsten sich in irgendeinem deutschen Tälchen künstliche Ruinen, eine nachgemachte Einsiedelei, eine kleine, unechte Schweiz einen imitierten Pusillipo bauen ließen. Fern liegt heutigen Unternehmern der absurde Gedanke, dem großstädtischen Kenner etwa ein Italien in der Nähe Londons, eine Schweiz bei Chemnitz, ein Sizilien am Bodensee vortäuschen zu wollen. Der Naturersatz, den der heutige Städter verlangt, muss unbedingt echt sein. Echt wie das Silber, mit dem er tafelt, echt wie die Perlen, die seine Frau trägt und echt wie die Liebe zu Volk und Republik, die er im Busen hegt. Dies alles zu verwirklichen war nicht leicht. Der wohlhabende Großstädter verlangt für den Frühling und Herbst einen Süden, der seinen Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht. Einen echten Süden mit Palmen und Zitronen, blaue Seen, malerische Städtchen. Und dies alles war ja leicht zu haben. Er verlangt aber auch außerdem Gesellschaft. Verlangt Hygiene und Sauberkeit. Verlangt Stadtatmosphäre. Verlangt Musik, Technik, Eleganz. Er erwartet eine dem Menschen restlos unterworfene und von ihm umgestaltete Natur. Eine Natur, die ihm zwar Reize und Illusionen gewährt, aber lenkbar ist und nichts von ihm verlangt, in die er sich mit allen seinen großstädtischen Gewohnheiten, Sitten und Ansprüchen bequem hineinsetzen kann. Da nun die Natur das Unerbittlichste ist, was wir kennen, scheint das Erfüllen solcher Ansprüche nahezu unmöglich. Aber menschlicher Tatkraft ist bekanntlich nichts unmöglich. Der Traum ist erfüllt. Die Fremdenstadt im Süden konnte natürlich nicht in einem einzigen Exemplar hergestellt werden. Es wurden 30 oder 40 solche Idealstädte gemacht. An jedem irgendein geeigneten Ort sieht man eine stehen. Und wenn ich eine dieser Städte zu schildern versuche, ist es natürlich nicht diese oder jene. Sie trägt keinen Eigennamen, so wenig wie ein Ford-Automobil. Sie ist ein Exemplar, ist eine von vielen. Zwischen langhin gedehnten, sanft geschwungenen Kaimauern liegt mit kleinen kurzen Wäldchen ein See aus blauem Wasser. An dessen Rand findet der Naturgenuss statt. Am Ufer schwimmen unzählige kleine Ruderboote mit farbig gestreiften Sonnendächern und bunten Fähnchen. Elegante, hübsche Boote mit kleinen, netten Kissen und sauber wie Operationstische. Ihre Besitzer gehen auf dem Kai auf und nieder und bieten allen Vorübergehenden unaufhörlich ihre Schiffchen zum Mieten an. Diese Männer gehen in matrosenähnlichen Anzügen mit bloßer Brust und bloßen braunen Armen. Sie sprechen echtes Italienisch, sind jedoch imstande, auch in jeder anderen Sprache Auskunft zu geben. Sie haben leuchtende Südländeraugen, rauchen lange, dünne Zigarren und wirken malerisch. Längs dem Ufer schwimmen die Boote, längs dem Seerand läuft die Seepromenade. Eine doppelte Straße, der seewärtsgekehrte Teil unter sauber geschnittenen Bäumen, ist den Fußgängern reserviert. Der innere Teil ist eine blendende und heiße Verkehrsstraße, voll von Hotelomnibussen, Autos, Trambahnen und Fuhrwerken. An dieser Straße steht die fremden Stadt, welche eine Dimension weniger hat als andere Städte. Sie erstreckt sich nur in die Länge und Höhe, nicht in die Tiefe. Sie besteht aus einem dichten, stolzen Gürtel von Hotelgebäuden. Hinter diesem Gürtel aber, eine nicht zu übersehende Attraktion, findet der echte Süden statt. Dort nämlich steht tatsächlich ein altes italienisches Städtchen, wo auf engem, stark riechendem Markt Gemüse, Hühner und Fische verkauft werden. Wo baufüßige Kinder mit Konservenbüchsen Fußball spielen und Mütter mit fliegenden Haaren und heftigen Stimmen die wohllautenden, klassischen Namen ihrer Kinder ausbrüllen. Hier riecht es nach Salami, nach Wein, nach Abtritt, nach Tabak und Handwerken. Hier stehen in Hemdsärmeln joviale Männer unter offenen Labentüren, sitzen Schuhmacher auf offener Straße, das Leder klopfend. Alles echt und sehr bunt und originell. Es könnte auf dieser Szene jederzeit der erste Akt einer Oper beginnen. Hier sieht man die Fremden mit großer Neugierde Entdeckungen machen und hört häufig von gebildeten, verständnisvoller Äußerungen über die fremde Volksseele. Eishändler fahren mit kleinen rasselnden Karren durch die engen Gassen und brüllen ihre Näschereien aus. Da und dort beginnt in einem Hofe oder auf einem Plätzchen ein Drehklavier zu spielen. Täglich bringt der Fremde in dieser kleinen, schmutzigen und interessanten Stadt eine Stunde oder zwei zu, kauft Strohflechtereien und Ansichtskarten, versucht Italienisch zu sprechen und sammelt südliche Eindrücke. Hier wird auch sehr viel fotografiert. Noch weiter entfernt, hinter dem alten Städtchen, liegt das Land. Da liegen Dörfer und Wiesen, Weinberge und Wälder. Die Natur ist dort noch, wie sie immer war, wild und ungeschliffen. Doch bekommen die Fremden davon wenig zu sehen, denn wenn sie je und je in Automobilen durch diese Natur fahren, sehen sie die Wiesen und Dörfer genauso verstaubt und feindselig am Rand der Autostraße liegen wie überall. Bald kehrt daher der Fremde von solchen Exkursionen wieder in die Idealstadt zurück. Dort stehen die großen, vielstöckigen Hotels von intelligenten Direktoren geleitet mit wohlerzogenem, aufmerksamem Personal. Dort fahren niedliche Dampfer über den See und elegante Wagen auf der Straße. Überall tritt der Fuß auf Asphalt und Zement. Überall ist frisch gefegt und gespritzt. Überall werden Galanteriewaren und Erfrischungen angeboten. Im Hotel Bristol wohnt der frühere Präsident von Frankreich und im Parkhotel der deutsche Reichskanzler. Man geht in elegante Cafés und trifft da die Bekannten aus Berlin, Frankfurt und München an. Man liest die heimatlichen Zeitungen und ist aus dem Operetten Italien der Altstadt wieder in die gute, solide Luft der Heimat getreten, der Großstadt. Man drückt frisch gewaschene Hände, lädt einander zu Erfrischungen ein, ruft zwischen einem Telefon die heimatliche Firma an, bewegt sich nett und angeregt zwischen netten, gut gekleideten, vergnügten Menschen. Auf Hotelterrassen, hinter Säunen, Balustraden und Oleanderbäumen sitzen berühmte Dichter und starren mit sinnendem Auge auf den Spiegel des Sees. Zuweilen empfangen sie Vertreter der Presse und bald erfährt man, an welchem Werk dieser und jener Meister nun arbeitet. In einem feinen kleinen Restaurant sieht man die beliebteste Schauspielerin in der heimatlichen Großstadt sitzen. Sie trägt ein Kostüm, das ist wie ein Traum und füttert einen Peking-Hund mit Dessert. Auch ist sie entzückt von der Natur und oft bis zur Andacht gerührt, wenn sie abends in Nummer 178 des Palashotels ihr Fenster öffnet und die endlose Reihe der schimmernden Lichter sieht, die sich dem Ufer entlang zieht und träumerisch jenseits der Bucht verliert. Sanft und befriedigt wandelt man auf der Promenade. Müllers aus Darmstadt sind auch da und man hört, dass morgen ein italienischer Tenor im Kursale auftreten wird, der einzige, der sich nach Caruso wirklich hören lassen kann. Man sieht gegen Abend die Dampferchen heimkehren, mustert die Aussteigenden, trifft wieder Bekannte, bleibt eine Weile vor einem Schaufenster voll alter Möbel und Stickereien stehen, dann wird es kühl und nun kehrt man ins Hotel zurück, hinter die Wände von Beton und Glas, wo der Speisesaal schon von Porzellan, Glas und Silber funkelt und wo nachher ein kleiner Ball stattfinden wird. Musik ist ohnehin schon da. Kaum hat man Abendtoilette gemacht, so wird man schon vom süßen, wiegenden Klang empfangen. Vor dem Hotel erlischt langsam im Abend die Blumenpracht. Da stehen in Beten zwischen Betonmauern und dicht und bunt die blühendsten Gewächse, Kamelien und Rotodendren, hohe Palmen dazwischen, alles echt und voll dicker, kühlblauer Kugeln die fetten Hortensien. Morgen findet eine große Gesellschaftsfahrt nach Agio statt, auf die man sich freut. Und sollte man morgen aus Versehen statt nach Agio an irgendeinen anderen Ort gelangen, nach Egeo oder Ino, so schadet das nichts. Denn man wird dort ganz genau die gleiche Idealstadt antreffen. Denselben See, denselben Kai, dieselbe malerisch-drollige Altstadt und dieselben guten Hotels mit den hohen Glaswänden, hinter welchen uns die Palmen beim Essen zuschauen und dieselbe gute, weiche Musik und all das, was so zum Leben des Städtes gehört, wenn er es gut haben will. Untertitelung des ZDF,